hey leute ich bin es wieder euer rotax und herzlich willkommen zum nächsten servietagebuch video hier auf meinem channel ja um dieses mal mit dem versprochenen update video mit dem live commentary wo es darum geht wie sich denn wrt333 verändert hat oder beziehungsweise wsalz verändert hat ja und ich fliege mal direkt von meiner schönen villa richtung neuen bereich und man erkennt man erkennt ihr schon am weg dass der bereich neues denn hier wird erstens mal dieser weg schön gemacht also hier mal über diese schönen rosenbüsche wir haben hier überall diese coolen ja diese gewächse oder gedecke weiss nicht wie man das die dinge nennt gestecke so rum war es nicht gedecke nicht gewächse das waren gestecke so die dinger sind auf jeden fall hier rechts von mir und hier links sind so custom bäume die ich in dem video auch gezeigt habe wie man die baut also einfach mal falls ihr wissen wollt wie man solche bäume baut einfach mal in die playlist gucken bei mini tutorials müssten da videos drin sein wo man sieht wie man solche bäume hier baut in groß und in klein und hast du nicht gesehen wie man das alles machen kann ja das auto habe ich mal umgezogen damit man hier sitzen kann mittlerweile hier gibt es einen kleinen park und ich werde direkt mal werde ich jetzt mal 60 sekunden besitzer schutz jetzt aktiv das ist auch neu ich werde mal ganz kurz hier nach oben fliegen das hat den grund damit ihr mal seht was sich da getan hat aus der vogel perspektive und zwar das hier es sieht finde ich mega mega cool aus was hier daraus geworden ist und ich habe nutze die zeit direkt mal für einen schönen screenshot so sorry für den kurzen lag da seht ihr auch dann gleich wieder wann ich das video hier aufgenommen habe anhand des screenshots ja und was soll ich sagen hier haben wir so einen neuen park hier haben wir überall ja so kleine sitzmöglichkeiten man geht hier quasi die straße dann entlang diese mega unnötige kurve eigentlich das hätte man locker hier hier die kurve bauen können aber dann hat man hier noch so ein schönes architektonisches meisterwerk und ein zwar eine schöne brücke noch bauen können das wollte ich irgendwie machen da dachte ich mir so da machst du mal das designerisch coolere und nicht das was schlauer gewesen wäre ich meine wer baut eigentlich eine brücke wenn ihr eine gerade straße es baut in der kurve noch mal eine kurve um noch mal eine kurve zu bauen und statt mal dass man hier irgendwie an land und über wasser die straße baut aber egal das ist hier minecraft hier muss nicht alles logisch sein und vor allem soll sie auch cool aussehen und das sind wesentlich besser ausfindig ja und zu diesem park hier ich werde mal so ist es mal so viel dazu zu sagen man geht hier quasi rein das ist ja der haupteingang zur elbphilharmonie eigentlich von oben wenn man nicht auf dieser indel gerade steht man hat hier diesen coolen brunnen mit diesen ja wie soll ich sagen mit diesen geschwungenen glasschutz und hier auch diese geschwungenen wo wir nehmen wir das diese pflanzentöpfe wo halt so pflanzen wachsen ist auf jeden fall ziemlich cool geworden finde ich man hat hier überall tolle abwechslung mit rosen zuckerrohr bäumen und jetzt wird es direkt nacht glaube ich oder ich gucke gerade mal ja es wird gerade nacht das heißt in der nacht kann ich das ganze dann auch zeigen ich werde hier mal ganz kurz die grafikeinstellungen auf ja so 80 prozent helligkeit machen da sieht man das noch besser das kommt noch besser zur geltung ja von der seite gibt es natürlich auch einen eingang so viel mal dazu also wir haben hier direkt vom w salz also wenn ihr direkt hierhin wollt könnt ihr das natürlich von wrt333 machen oder gibt einfach w salz ein auf s3 und ja dann kommt ihr quasi hier raus dreht euch einmal um geht die straße entlang und habt ihr diesen eingang das ist wir mit zwei eingänge zu diesem park das ist ein mega modernes ding eigentlich und ich finde es ziemlich cool hier haben wir die treppe nach unten zur elbphilharmonie und ja eigentlich ist es richtig nice geworden finde ich ist auf jeden fall echt egal so was ich noch sagen wollte hier wird wahrscheinlich noch irgendwas hinkommen da muss ich aber gucken was vielleicht irgend so ein kiosk stand oder ich weiß es nicht ganz genau so ein hotdog stand oder irgendwas cooles halt was halt hier so vor den eingang hin passt da muss ich aber noch mit dem flow reden was hierhin kommt das hotel oben ist immer noch eingerichtet dass da war ich immer noch auf dem flow aber dann muss ich mal gucken wann war der zeit dafür haben in der zwischenzeit habe ich habe gesagt dieses dinge gebaut sind garten mit diesen säulen und zieht man auch wenn das hier nacht wird sieht es so geil einfach nur aus es sieht richtig fancy aus also das ist echt ist ist eigentlich auch schon wieder das screenshot wert einfach hier dieses dieses mond aufgang das ist einfach echt ziemlich schön finde ich und ja so sieht man auch am 17 am 16 12 nehme ich das hier gerade auf für dienstag ja hier haben wir überall noch so rasenmäher verteilt das wollte ich auch noch dazu sagen hier sind über diese coolen rasenmäher wo mir drauf sitzt und so ein bisschen rum fährt und dann habe ich mir so gedacht jo eigentlich hast du hier richtig viel zeug hast du hier richtig viele coole sachen mittlerweile was ist denn das was wie wäre es denn wenn ich einen hausmeister bauen würde also irgendwas wo quasi die ganzen dinge so wie rasenmäher oder generell wo die ganzen leute hier einfach sind die gärtner ich habe so viele bäume so viele büsche so viele so viel gras zu mähen so viel also ein zuckerrohr so viel planten zu gießen eigentlich braucht man eine eigene gärtnerei und dann dachte ich mir so jo eigentlich hast du ja noch platz bei wrt 3 das ist da hinten in die ferne wird eine gärtnerei kommen dazu aber später mehr wahrscheinlich da ist nur nicht allzu viel das werde ich in einem anderen video vorstellen was ich aber schon mal vorstellen kann ist jedem auch bei nacht diesen diesen ring rundherum habe ich auch schon mal designt überall mit diesen coolen bäumen eben mit so einer kleinen hecke damit man darunter fällt das heißt falls sich immer irgendjemand verirrt falls ich ein kind von davon hierhin verriert dann hat es wenigstens noch eine hecke bevor sie den tod stürzt das ist eigentlich immer ganz ganz gut gesehen von den sicherheitsfirmen deswegen würde ich mal sagen lasse ich das mal so ja hier sieht man eigentlich nicht mehr allzu viel wenn man hier rum fliegt aber wie gesagt dieser garten hier vorne war mega viel arbeit eigentlich also wenn man da mal guckt ist es eigentlich nicht viel aber es ist trotzdem der teufel mehr oder weniger steckt da schon wieder im detail das heißt die das was am das oder das grobe shape also das aller ich bin ja schon wieder das grobe design des gartens nennen wir es mal so das grobe design des gartens ist so dass man einfach ja man klatscht hier einfach diese quarts dinge hin ich habe einfach den mittelpunkt gesucht habe ich so gemittelt habe in alle richtungen gleich viel abstand ausgemessen habe immer diese blumentöpfe hingebaut habt die wege markiert und so weiter und so fort das geht ja eigentlich recht schnell das war glaube ich in einer halben stunde oder so erledigt und dann ging es irgendwie so ein zwei bis drei stunden langes dekorieren sich überlegen was man wohin baut diese ganzen rasenmäher bau die ganzen bäume waren noch mal eine stunde glaube ich dann die noch mal extra zu machen die bäume setzen oder pflanzen das geht ja mega schnell das ding das ding setzt rein den setzlegen drückst du in die erde packst du ein bisschen baumiel drauf und das ding ist fertig aber dann ist so ein custom baum zu machen das dauert echt ein bisschen dann muss man sich wieder überlegen welcher baum wohin kommt oder dass das scheiße aussieht und so weiter und so fort könnt ihr euch vorstellen ist auf jeden fall nicht so einfach und man sieht hier auch echt cool hier zum beispiel in diesem garten hier hat man bereich ist relativ dunkler so durchläuft hier soll man auch nicht wirklich sein hier ist sehr dunkel und wenn man dann eben hier zu dem zu dem coolen park um dieses richtig hell eigentlich ist es wirklich hell im feld ist in anderen stellen und genauso wollte es eigentlich auch haben genauso war das von anfang an geplant ja und hatte ja ich habe mal ganz kurzen cut gemacht liebe leute ich habe die facecam nicht aktiviert gehabt geil die folge übrigens liebe leute gibt es ohne facecam ich werde sie noch mal aufnehmen ich werde noch mal alles erklären wie das ist es bin ich recht zufrieden mit außerdem zurzeit ist wieder etwas stressig ich komme gerade vom lernen und bin quasi wieder auf dem weg zum lernen deswegen gibt es ja auch nur immer ein video pro woche von mir deswegen sorry für diese für diese wie soll ich sagen für meinen fehler nächste folge nächsten dienstag gibt es wieder facecam hier am start ja wir haben hier ich mache einfach eine andere facecam rein liebe leute die folge sollte mit facecam sein ab jetzt ich mache einmal eine andere facecam rein einfach aus prinzip ich mache das jetzt mal so und nächste folge gibt es dann wieder facecam am start ich habe meine kamera nicht angemacht ja herzlichen glückwunsch dazu ich lasse das auch mal aus für die abmoderation bringt sich das auch nicht viel deswegen seit andere facecam und wo war ich gerade ich wollte klar erklären dass ja dass ich eben vom lernen gerade komme quasi haben wir gedacht ja oder nimmst du noch eine folge schnell auf jetzt machst du mal pause weil irgendwie habe ich nicht so zwei und zweieinhalb stunden gelernt bis jetzt und dann hat man irgendwann auch mal keinen bock mehr zu lesen oder generell ich habe gerade irgendwie so ja für alle das interessiert weil es nicht interessiert ist es wahrscheinlich komplett unwichtig was ich sage aber es ist halt so ich glaube es ist synthese an organischer materialien für das ich gerade lerne ja ist mega cool ist eigentlich relativ interessant muss ich ehrlich sagen gefällt mir ziemlich gutes fach aber es ist halt mega beschissen zu lernen weil du einfach so viele möglichkeiten hast irgendwas zu machen und so viele namensreaktionen also du musst quasi irgendwie so das kann man sich so vorstellen man muss einfach irgendwelche random namen lernen zum beispiel als ein beispiel irgendwie die nennen wir es mal auf minecraft bezogen die rt333 reaktion das musste irgendwie für 50 spieler lernen da musste man 50 spieler namen auswendig lernen so kann man sich das vorstellen das ganze ist nicht sehr spannend aber trotzdem ist ein interessantes gebiet deswegen muss ich da leider auch viel lernen weil ich das auch gewählt habe in meinem master aber ja was soll's da komme ich nicht drum rum deswegen das wollte ich sagen deswegen werde ich jetzt nicht noch mal mit facecam aufnehmen und erkläre gerade richtig wie soll ich sagen muss mich hier gerade entschuldigen für das dass ich vergessen habe die facecam anzumachen und warum ich das ganze nicht nochmal drehe ich weiß es sind nur es sind nur irgendwie elf minuten oder so und ich habe eigentlich dass die folge schon gescriptet vorher was ich da quasi alles mache oder was ich vorab zu machen was ich vorab zu zeigen es wäre nicht so viel aufwand aber ich werde jetzt einfach mal so raushauen und werde nächste folge wieder mit facecam am start sein ich hoffe ihr könnt mir das ganze verteilen liebe leute ansonsten ertränkt mich bitte in diesem pool wenn jetzt stehe ich weiß ich mir das nicht verzeiht ihr schreibt einfach mal in die kommentare rt ich verzeihe dir oder rt ich verzeihe dir nicht und falls ihr mir nicht verzeiht da werde ich mich nächste folge lang zehn minuten lang in diesem pool hier ertränken okay das wird genau dieser pool hier sein und ich werde ich jetzt zehn minuten stehen und mich ersäufen also viele grüße gehen raus und all die das jetzt schreiben nur um zu sehen ob ich das wirklich mache ich werde es tun so wo waren wir gerade hier der garten ist auf jeden fall fertig hier ist alles cool geworden finde ich und das nächste was kommen wird ist wahrscheinlich nicht das hotel die hotel etage der äpfel haben und ist es wenn ich von hier rein gucke und hier ran fliege ist alles noch leer jedes zimmer ist ja noch leer ist wahrscheinlich das hier drüben und dazu werde ich gesagt noch nicht allzu viel zeigen für alle die schon mal hingehen wollen können gerne wir salz auf es dreien geben aber ansonsten würde ich mal sagen das war's von dieser folge ich verabschiede mich hier mal mit einem schönen quats block mit ich gucke mal ob ich das überhaupt mit fünf schaffe f5 5 ich sag mal danke fürs zuschauen liebe leute und bis zum nächsten mal ciao euer rotax bis zum nächsten mal